Halli Hallöchen meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Under A New Sun im einfachen Beschaffungsmodus nennen wir ihn mal so gut Wandregale an sich ganz toll Holzregale an sich auch ganz toll deswegen würde ich sagen wir brauchen schon ein paar Holzregale hier aber vielleicht wenn wir hier die Kochecke haben und dann vielleicht so langer Stock habe ich keine doch hier so wie sieht es mit dem Lehm aus kann ich hier aber kann ich hier eine Kiste reinstellen wo sind die Kisten Brettkiste vier mal und zweimal ich sehe es nicht Eisennagel vier mal bretter bretter haben wir ganz viele Eisennagel haben wir glaube ich nicht so viele ich schau mal ich schau mal ob wir Eisennagel haben was sagt Hunger und Durst da ist schon nicht mehr so schwierig ähm jetzt Kohle und sowas ja hier drei Eisennagel haben wir noch gut und wir haben auch noch viele Klumpen sehe ich gerade wir könnten auch noch mal wieder Eisen Klumpen Klumpen Eisennagel machen ja oder wir machen sie anders so gut Brettkiste ah die Bretter da hat er die Bretter vergessen hepp und da haben wir auch noch Stoff da können wir die Fackeln gleich machen da auch noch Seil da haben wir noch lange Stöcke wir sollten ein paar Fackeln machen dass wir da abends ein bisschen mehr sehen ok pass auf machen wir zuerst mal wo ist das Crafting Fackel produziert Licht Stand Fackel kann auf den Boden gestellt werden ich will aber eine Wand Fackel Wand Fackel geht natürlich hier nicht weil wir die Wand falsch rum haben sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ich hab die ganzen Wände hier falsch rum ne das gibt's auch nicht ich hab die alle nach außen egal machen wir halt so hey was fehlt ach Stoff fehlt ähm ja Achtung 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 Cheat Modus wird eingeleitet wenn du das Spiel ohne Cheaten spielen willst dann bitte jetzt abschalten 3 2 1 Cheat Modus aktiv so pass auf nimm 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 mal sehen ob das geht ja das geht ok dann machen wir das so das sollte reichen hüpft lustig in der Gegend rum gut ein paar Wand Fackeln ja was fehlt Sticks langer Stock hätte ich so machen wir auch mal mal wieder was händisch wir sind ja nicht so sind kurze ja sind kurze gut so pass mal auf kann man hier oben auch welche hin machen ne geht nur hier unten tatsächlich so die Performance vom Spiel mal richtig ausloten mal richtig ausreizen hier was was fehlt schon wieder schon wieder die Stöcke ja komm weißt du was na ok ok Moment muss hier hin ganz kurz lalalala hoch interessant dass das auch auf deutsch dann quasi ist oh das geht auch mhm 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 ja ja kommt schon Essen ist unterwegs ja Essen ist unterwegs so sollte reichen gut so bist du jetzt satt ja okay wir waren an den fackeln leicht übertrieben aber was soll's wissen cheater wir können alles übertreiben und komischerweise habe ich hier die wände richtig rum man glaubt es kaum was was fehlt jetzt wieder stoff alter schwede für die paar fackeln schon wieder der gesamte stoff weg okay na dann das da seht ihr mal was ich mein also wir haben jetzt nicht wirklich viele wir haben jetzt nur eine reihe fackeln gesetzt und da ist der ganze stoff schon wieder beim teufel ich sollte aufhören darauf herum zu hacken ich habe natürlich meinen ganzen stoff auch verbraucht aber man sieht ja das ist sehr wenig alles das ist alles ziemlich ja das für ein bisschen mehr gehalten aber es geht halt echt schnell da ist ratzefatz das ganze zeug weg ok hier haben wir auch wieder die falsche wand dann schauen wir mal unten ob wir da hier noch eine da können wir noch eine hintackern hier gar nicht das ist schade aber hier dann außen ist auch gut und stand fackeln strand 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 oder stand nö strand also geht auch hier ok ja das ist auch ok so und dann können wir eigentlich hier draußen uns auch noch schön hier so wenn das geht ja das geht ja das geht okay die richtige luxus will er bauen und hier auch wand fackeln ja schön und hier außen nö da brauchen ja wunderbar schau doch meinen an so hier brauchen wir noch einen tisch ein holztisch so und den stellen wir aber wie stellen wir den nennen so oder so so hin so und dann noch ein paar stühle die stellen wir so hin und dann noch ein falls gäste kommen und so hier natürlich auch und so und so und so und so ja wunderbar sieht doch schön aus ist doch hier richtig toll jetzt pelzteppich den konnten wir eh nur so hinlegen haben wir eigentlich oben ein vorm bett ja da haben wir einen ok regale sitzbank bequemes bett haben wir auch sitzbank könnten wir auch noch eine irgendwo hin machen hier so an den rand oder hier so ne dann machen wir lieber hier unten äh hier draußen hier so hier noch eine schöne elegante sitzbank eh um platz zu nehmen so können wir hier hinsetzen schön ah gut äh ok dann hätten wir hier schon mal schön dann wie wärs hier ach ja genau ich wollte die kisten dazu brauchen wir einen nägel hier haben wir einen nägel jetzt wollte ich mal schauen ob die kisten in in das regal rein oh ja oh ja guck mal eine hand die gehen hier ins regal rein waaah wie geil ist ja der oberhammer so da kommen jetzt die kokosnüsse rein hier ist ja schließlich küche und da war gerade schon mal da sind äh machen wir da draus die kokosnuss schublade so hör doch mal auf äh nichts spornstoff schon dann kokosnuss so 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 wie habe ich das gerade gemacht das stand da gerade schon dran habe ich da drauf geklickt ne huch nein nein nur enter geht auch nicht komisch komisch hä wie habe ich das gemacht gerade naja äh war es halt so 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 die 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 gehen zwar auch mit der zeit irgendwie kaputt aber das ist ja im moment erstmal egal da wir durch das ganze bauen natürlich sehr hungrig sind und das wird jetzt nämlich auch schon wieder dunkel gleich sehe ich an der folgenlänge so so sollte erstmal reichen glaube ich halt jetzt äh jetzt jetzt dann nur da investieren So. Geil. Okay, also an Kokosnüssen wird es uns jetzt nicht mehr mangeln. Äh, wie sieht's aus? Ja, kann man eigentlich sogar gleich mal eine hier raus verknusen. Ja, wunderbar. Herrlich. So, dann brauchen wir noch Lehmkisten. Das mit dem Holzregal gefällt mir sehr gut. Entschuldigung. Das heißt, wir brauchen Seile, haben wir noch. Langer Stock haben wir nicht mehr so viel. Bretter haben wir noch. Relativ viele für die Kisten. Ja, das ist gut. Baumstamm brauchen wir im Endeffekt gerade nicht mehr. Ich muss mal nochmal raus machen. So, jetzt ist es besser. Ähm, ja, pass auf, die Baumst... Oh, achso. Ja, da sind ja noch ein paar, ne? Gut. Jetzt sind wir die losgeworden. Ich muss mal kurz schauen, wie das von außen aussieht. Ja, geiles Feriendomizil. So muss das sein. So, hier haben wir Leder und Lederzeug. Hier haben wir lange Stücke. Nimm mal alle mit. Ich bin schon wieder überladen. Hier haben wir nichts mehr drin. Hier haben wir Bretter. Sehr viele Bretter. Hier haben wir noch lange Stücke. Was ist das? Ein Fernrohr. Ah, okay. So, ich laufe mal seitlich. Dann können wir nämlich trotzdem noch schneller laufen. Und dann machen wir hier die Tür zu. Und dann brauchen wir hier auch erstmal ein Regal. Ein Regal, das ich hier nicht hinstellen kann. Warum? Hier ja. Hier nein. Warum geht das nicht? Wegen der Fackel. Hier draußen können wir auch ein Regal hinstellen, theoretisch. Für so Außenzeug. Gerade für so Lehm und so. So, hier in der Küche, die keine Küche wird. Weil die Küche ja oben ist, weil das nicht ging mit dem Lagerfeuer hier drin. Warum auch immer. Wenn wir natürlich hier... Ah, jetzt fehlt es schon wieder an Stöcken. Ah, guck mal hier. Pass mal auf. Ah, guck mal an. Da sind schon Stöcke da. So, dann Brettkiste. Zweimal Nägel. Ja, wir brauchen noch mehr Nägel. Hier Holzregal. Können wir hier nochmal eins hinstellen. Das würde gehen, ja. Dann machen wir einfach hier den Lagerraum. Oh, oh. Es geht schon wieder los. Die Meteoriten. Asteroiden, wie auch immer. Pfeifen schon wieder hier rein. Ob die uns wohl irgendwann das Haus killen. Ich hoffe eher nicht. Ich glaube, da gehe ich mal lieber mir das von hier oben anschauen. Aus sicherer Entfernung hier. Naja. Egal. Also unser Haus ist auf jeden Fall mal... schon mal schön beleuchtet. Und da kann man nicht meckern. Gute Namen. Autsch. Hat mich tatsächlich gerade hier drin... Oh. Hat mich tatsächlich gerade hier drin so ein Ding getroffen? Das Haus ist aber nicht beschädigt, ne? Komisch. Oh, die Tür wieder zu. Ja. Ist ja gruselig. Naja. Gut. Hier, ähm... Regal. Holzregal. Da fehlt es schon wieder an Stöcken. So. Jetzt habe ich schon wieder Baumstämme mitgenommen. Ich werde ja mein Lager mal aufbauen hier. Gut. Holzregal. Geht hier nochmal eins hin? Ne, hier nicht. Geht hier nochmal eins hin? Mal davon abgesehen, dass hier die ganzen Holzstämme liegen. Ja, tatsächlich. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein fettes Lager. Könnte ich eigentlich hier noch mehr... noch mal ein Holzregal hin machen und wirklich alles hier drin lagern. All den ganzen Stuff. So. Perfekt. Gut. Dann brauchen wir Eisennägel. Aber das, meine Freunde, würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Time to play. Hier bei Under a New Sun. In der... Im Kreativmodus. Nennen wir es mal den Kreativmodus. Under a New Sun Kreativ. So. Bis dahin. Macht's mir gut. Ich geh schlafen. Tschüss. So.